Wir fahren erstmal in Position, Herr Quick. Ja? Kommt was? Kommt nichts? Lass uns mal auf die Pole Position fahren. Christian, können wir fahren? Was sagst du? Ja, lass krachen. Das machen wir aber gewaltig. Das geht vorwärts. Wir haben noch nie so eine Beschleunigung gehabt. Das mit dem Fass da hinten dran, ja? Ja, ist ja überhaupt eins da dran. Ja, ich hab ja schon viel erlebt in meinem Leben, aber nicht so eine Beschleunigung. Und da sieht man richtig die Power, die dieser Traktor entwickelt. Im Nu sind wir bei 50 kmh. Gut, die Straßen sind natürlich nicht die besten, die wir hier haben. Ja, aber mit der Federung, die wir hier zur Verfügung haben, lässt sich das gut aushalten. Die ich habe. Ich habe hier den aktiven Sitz 2. Das heißt, hier arbeitet das nicht hydraulisch, das System, sondern es ist elektronisch gesteuert. Und über 90 Prozent der vertikalen Bewegungen federt der Sitz hier aus. Sorry, dass du das nicht ganz so bequem hast wie ich. Ja, das geht schon. Die Vorderachse nimmt ja doch einiges raus. Die Lenkung, die gibt mir eine wunderbare Rückmeldung. Ich habe sie jetzt ein bisschen härter eingestellt. Das kann ich während der Fahrt auch machen. Ja, das macht bei der Geschwindigkeit auch Sinn, es etwas härter zu haben. Ja, und mir gefällt das auch richtig gut, dass wir jetzt im Straßenmodus unterwegs sind und die Lenkung immer stabil bleibt. Das heißt, du musst nicht permanent nachkorrigieren. Nein, das macht die Lenkung selber. Ich glaube, wir sind gerade geblitzt worden. Oh ja, Geschwindigkeitsüberschreitung. Wow, was für eine Beschleunigung. Ja, auf der Straße kann ordentlich was, das haben wir gesehen. Aber jetzt lassen wir doch mal auf dem Acker ausprobieren. Gute Idee, machen wir.